Wenn wir eine Krise durchmachen müssen, geht es uns so richtig schlecht. Unser Herz wird überflutet von Wut, Angst, Trauer, Bitterkeit, Ohnmacht. Wir haben das Gefühl, wir sind von Gott und von der Welt verlassen. Wir sitzen in einem Loch und keiner kommt zu uns und wir kommen zu keinem. Die Krise an und für sich ist etwas Schlechtes und etwas Schmerzhaftes. Und ich sage euch das wirklich aus der tiefsten Überzeugung meines Herzens. Gott will nicht, dass wir leiden und er leidet in der Krise mit uns mit. Eine Tatsache, die mich immer sehr getröstet hat in den Krisen meines Lebens, ist, dass Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott ganz genau weiß, was es bedeutet, eine Krise durchzugehen. Er hat gelitten an Leib und Seele. Er hat Freunde verloren durch den Tod. Er ist verraten worden von seinen liebsten Freunden. Und er weiß ganz genau, wovon wir sprechen, wenn wir in der Krise zu ihm schreien. Ich möchte euch jetzt ein paar Tipps geben, wie wir gut durch eine Krise kommen können. Kommt mit mir mit. Wenn du durch die Krise gehst, dann merke dir zwei Wörter. Stay connected. Bleib verbunden. Was bedeutet das? Stay connected with yourself. Bleib mit dir verbunden. Sei gut zu dir in der Zeit der Krise. Hab eine gute Selbstfürsorge. Tu Dinge, die dir gut tun. Das bedeutet, gönn dir eine Massage. Geh zum Friseur. Koch dir ein besonders gutes Essen. Hör die Musik, die dir gut tut. Versuch, für jeden Tag eine gute Struktur zu haben. Versuch, so wenig wie möglich an gestern zu denken und so wenig wie möglich an morgen zu denken. Denn für heute reicht deine Kraft. Schritt zwei. Stay connected with your friends. Bleib verbunden mit deinen Freunden. In Zeiten der Krise neigen wir Menschen dazu, uns zurückzuziehen, uns zu isolieren und unsere Wunden zu lecken. Und wir isolieren uns von unseren Freunden. Wir heben das Handy nicht ab. Wir ziehen uns zurück. Such dir zwei oder drei Freunde, denen du dich öffnest. Denen du zeigst, wie es dir wirklich geht. Denen du auch deine Verletzlichkeit und deine Verwundbarkeit und deine Armseligkeit zeigen kannst. Dritter Schritt. Stay connected with your heavenly Father. Bleib verbunden mit deinem himmlischen Vater. Ich glaube, in Zeiten der Krise fällt uns genau dieser Schritt am schwersten. Denn wir denken uns, wie kann uns dieser Gott lieben? Wie können wir besonders wertvoll in seinen Augen sein, wenn er so ein Mist in unserem Leben zulässt? Meinetwegen schrei Gott an. Kotz dich bei ihm aus. Aber bitte, bitte bleib im Gespräch mit ihm. Und wenn du sagst, nein, ich kann nicht mehr beten, dann nimm einen Psalm, zum Beispiel den Psalm 130, den du ungefähr in der Mitte der Bibel findest, und bete mit dem Psalmisten. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Herr, höre meine Stimme. Achte auf mein lautes Flehen. Wende dein Ohr mir zu. Der Heilige Geist kann uns nur trösten, wenn wir ein Einlass in unser Herz. Darum bitte, stay connected with your heavenly Father in der Krise. Hör nicht auf zu beten. Gott haltet das aus, wenn wir ihn anschreien. Er haltet das aus, dass wir mit ihm kämpfen. Aber hör nicht auf, mit ihm zu sprechen in der Krise. Und jetzt noch ein letztes Wort an all jene von euch, die gerade Menschen beistehen, die in der Krise sind. Bitte übt euch in dieser Haltung ein, dass ihr einfach nur da seid. Ohne vorschnell zu trösten. Ohne vorschnell zu sagen, diese Krise, die wird für irgendwas gut sein. Es gibt Krisen, meine Lieben, in unserem Leben, die sind für gar nichts gut. Wenn ein kleines Kind an Krebs stirbt, da gibt es nichts Gutes an solch einer Krise. Natürlich darf ich ganz oft erleben in der Begleitung, dass der Mist in unserem Leben zu einem Dünger wird. Aber ganz viele Krisen können wir nur verstehen, wenn wir an den Himmel glauben. Und wenn wir daran glauben, dass wir uns wiedersehen werden bei Jesus. Also bitte übt sich in dieser Haltung ein, einfach nur da zu sein. So wie die Mutter Gottes unterm Kreuz. Maria hat Jesus sicher nicht hinaufgeschrien, alles wird dir zum Guten gereichen. Sondern sie war einfach nur da und hat mit ihm mitgelitten. Und in unserer Welt, wo der Leidende und das Leiden so ausgegrenzt und so uncool sind, brauchen wir mehr und mehr Leute und vor allem auch junge Leute, die sich entscheiden, wirklich bei dem Leidenden zu sein. Seine Hilflosigkeit und seinem Schmerz auszuhalten und auch die eigene Ohnmacht auszuhalten. Also bitte merkt es euch für die Zeit der Krise. Stay connected. Bye. Alles Gute.